Ich spreche über Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für unsere Sünden starb am Kreuz. Er kam auf die Welt, um uns zu erlösen, er lehrte uns die Liebe, die Wahrheit und den Frieden. Er war kein gewöhnlicher Mensch, er war der Messias. Er vollbrachte Wunder, heilte Kranke und trieb Dämonen aus. Er widersetzte sich dem Bösen, er war der gute Hirte. Er sammelte die Schafe, die verloren waren in der Wüste. Er hatte viele Feinde, die ihn hassten und verfolgten. Sie wollten ihn töten, weil er ihre Macht bedrohte. Er litt unsagbare Qualen, er gab sein Leben hin, er vergab seinen Peinigern, er sagte, Vater, vergib ihnen, er starb am dritten Tag. Er stand wieder auf, er zeigte sich seinen Jüngern, er fuhr in den Himmel auf. Er ist der König der Könige, er ist der Herr der Herren, er ist der Löwe von Judah, er ist das Lamm Gottes. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, er ist der Retter der Welt, er ist der Erlöser. Ich glaube an Jesus Christus, ich folge ihm nach. Er ist mein Vorbild, mein Freund und mein Bruder. Er gibt mir Kraft, Hoffnung und Freude. Er gibt mir Gnade, Vergebung und Liebe. Ich spreche über Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für unsere Sünden starb am Kreuz, das war sein Los. Er kam auf die Welt, um uns zu erlösen. Er lehrte uns die Liebe, die Wahrheit und den Frieden. Finde Gott, finde Leben.